Achtung! Schweinealarm! Gestern Abend wurde eine Familie im Tiergarten je beim Grillen durch ein Wildschwein unterbrochen. Der Familienvater konnte sich nur noch durch einen Sprung in den neuen See vor der wild gewordenen Sau retten. Mittlerweile wurde der ungewöhnliche Besucher wieder zurückgebracht in den Berliner Forst. Schwein gehabt! Und hier noch eine Flitzer-Blitzer-Warnung. Fuß vom Gas auf der Prenzlauer Allee. Dort stehen seit heute Morgen unauffällige schwarze Kästchen, die Schnappschüsse zu überhöhten Preisen schießen. All you races in the house! Maximum Power! Ausatung! Ausatung von Kraft! Ausatowie Teil der Schulzeit! Ausatung! WDR mediagroup GmbH Achtung, Horoskop-Alarm! Für alle Widder unter euch, bleibt lieber zu Hause, denn die Sterne prophezeien nichts Gutes für heute. In der Liebe geht's bergab und die Finanzen stehen auch nicht zum Besten. Bleibt also lieber im Bett und lasst euch von uns aufmuntern mit den neuesten Hits und dem Besten aus den letzten zwei Jahrzehnten. Das ist Radio Swoosh FM. Berlin rollt! Und diesmal nicht nur musikalisch, sondern auf Kugellagern. Alle Skate-Begeisterten und solche, die es werden wollen, können nächsten Dienstag ab 18 Uhr auf der Strecke ab dem Ernst-Reuter-Platz über die Straße des 17. Juni vorbei an der Goldelse bis zum Brandenburger Tor ungestört rollen. Und Vorsicht! Statistisch gesehen ist die Single-Quote unter Skatern überdurchschnittlich hoch. Ich hoffe, das liegt nicht an den Skate-Unfällen. Also, let's roll mit Radio Swoosh FM! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Radio Swoosh FM present Legions of Rock, heute live auf der Museumsinsel. Hierzu vergeben wir jetzt noch die letzten zehn Freikarten. Call now! Na, was sagt denn die Wetterkröte für morgen? Berlin bleibt unter wechselhaften Wettereinfluss. Ab und zu muss mit Schauern gerechnet werden, doch die meiste Zeit bleibt's trocken. Die Temperaturen pendeln zwischen 17 und 20 Grad. Tja, Summer in the City! Hit the break! ronik 10 6 7 9 10 15 16 22